Oder du sagst ihnen einfach die Wahrheit. Ich traf diese einmalig himmlische Girlie, der einmalig himmlischen war, als sie anstieß mit mir auf ein einmalig himmlisches Jahr. Sie rief mich an, so ergab sich, was dann passierte. Auf einmal war ich kein einziger Mann und ich zitierte ein einmalig schönes Gedicht mit dem unwiderstehlichen Schaden. Als ich sah, wie verzaubert sie war, tat es mir beinahe schon leid. Und dieses einmalig himmlische Girlie, der mit mir diese Räumliche Pracht, wir verbringen zur Zeit eine einmalig himmlische Zeit. Nein, nein Sally, das geht nicht. Du wirst mich irritieren. Nein, irritieren. Nein, inspirieren. Weil sie so einmalig himmlisch erzählt, was sie größte Mannes erlingt, mach ich sicher, dass manches Kapitel in meinem Roman. Und während ich noch mein episches Kunstwerk plane, gibt's jemand, der interessanter noch ist, als zehn Euro. Und einmalig himmlisches auch, dass sie einmalig heilig verspricht, die Mann aufreiß ihr stille zu sein, wenn ich da sitz und schrei. Und jetzt versteht ihr, warum ich hier bleib, in dem einmalig herrlichen Raum. Mit dem fast gar nichts sichtbaren, einmalig himmlischen Girl. Cliff, bitte darf ich bleiben? Sally, hast du Geld? Ja, etwas. Sechs Mark. Oh Gott! Bitte Cliff, bitte nur ein, drei Tage, bitte, bitte. Ich traf dies wirklich erschauliche Girl hier in dieser unglaublichen Stadt. Und sie dreht sich mit Scham und Geschmack in mein Leben hinein. Ich traf verquem, wird sicher nicht sein, aus verschiebener Gründen. Ich traf nur ein einziges, zehn schwarzes Bett. Da führt sie schon ein bisschen hin.